Ja vielen Dank, dass ihr alle da seid. Thank you for coming everybody. Als ihr alle mich kennt, ist damit mein Name. Ich bin hier ehrenamtlich und es beträgt mich auch zum Teil, weil ich bin hier in diesem Land 17 Jahre und bis heute muss ich immer noch in Ausländerbehörde hin und herkämpfen. Also Nummer eins möchte ich sagen, das ist unfair von der Innensenatorin, die Frau Kohlert. Wir haben sie zum allerersten Mal in der Kircheversammlung getroffen und die ist nie wieder, sie hat ja versprochen, dass sie wieder mit den Leuten die Gespräche weiterführen würde, aber die ist nie wieder aufgetaucht. Also die hat ihre Dinge einfach durchgezogen, sie ist nie wieder zu uns gekommen mit Gesprächen, wo sie aufgehört hat, nachdem wir sie in der Küche, wo die Diakonie mitorganisiert hat, den Treff gemacht haben. Danach hat sie keine Kommentare, keine Nachricht von der Schule, die hat sich einfach so weitergemacht wie in Oranienplatz. Und das kommt genauso wie hier in der Schule, wie es in Oranienplatz, wie die Leute geteilt haben. Es gibt Leute, die rausgehen wollen und es gibt Leute, die bleiben wollen. Bis jetzt wird nicht gefragt, wer bleiben möchte, es wird nur gezielt geredet, von wer gehen möchte. Also das finde ich total unfair, dass auch die Leute gespalten würden, die Leute, die in Deutschland von Lada Asylheim und die Leute von Lampedusa. Es wird Unterschiede zwischen den Flüchtlingen gemacht und und das bringt nur Probleme zwischen den Flüchtlingen. Dieser Konflikt ist so gemacht worden, die verantwortlichen wissen, wer sie sind. Alle, die mitverfolgen, die ganzen Geschichten wissen schon, wie es gelaufen ist in Oranienplatz und wie es jetzt läuft. Also das Problem ist, die Leute unterschreiben, was sie gar nicht verstehen. Die wissen nicht die Nachteile und die Vorteile von diesem Angebot, was die Frau Kolak uns verspricht. Erstmal mit dem Versammlungsrecht, also da in Oranienplatz. Am Ende des Tages hieß es, wir dürfen nicht mal Decke über dem Kopf. Das ist verstoßen gegen Demokratie, wenn wir auf Rechte kämpfen. Und wir werden diesen Kampf weiterhin nicht aufgeben. Also wir kämpfen wegen Lagerhaltung, also die Asyllager, Flüchtlingelager, weil wie sollen sie sich integrieren in der deutschen Gesellschaft, wenn die irgendwo in einem abgeschiedenen Dorf sich nicht mal integrieren dürfen. Wie sollen sie Deutsch lernen? Wie sollen sie die Kultur kennenlernen? Wenn die nur irgendwo in einem Haus, konzentriertes Haus, so, das ist für die Flüchtlinge, nur die Flüchtlinge da leben da. Wie soll das bitteschön funktionieren? Und gleichzeitig heißt es, es ist Integration. Für mich, das ist keine Integration. Das ist nur auseinander. Also ihr bringt die Flüchtlinge in Konfizierung, weil jeder weiß von Artikel Nummer 23, eine Lösung für alle. Wir fordern eine Lösung für alle und nicht Einzelfallprüfung, weil wir wissen, wo das hinführen würde. Und wir wissen, dass diese Bewegung ganz, ganz stark ist. Und wenn wir die Leute verspalten wollen, das ist politisch nicht korrekt, weil wir werden weiterhin unseren Kampf fortsetzen. Solange es noch Abschiebung gibt, Residenzpflicht und dass man im Lager leben muss. Also die Leute haben ihr Lager verlassen und jetzt kommen die, dann leben die genau in die gleiche Art von Leben im Lagersystem. Weil die neuen Häuser, die die dann geben, die Gesetze läuft genauso wie in die Lager, die die verlassen haben. Also das ist für mich eine Nullkreuz-Zero-Arbeit. Also die machen unsere Arbeit als wäre keine Arbeit, weil wir kämpfen gegen diese Residenzpflicht. Es existiert nur in Deutschland. Und meine Damen und Herren, dieses Problem kann nicht nur Deutschland alleine klären, das ist eine Europäische Union, gemeinsame Lösungen gefunden zu werden. Aber wenn die sagen, wie soll man die Leute stoppen von hierher kommen, das können wir nicht. Weil diese Gesetze sind die, deswegen verlassen die Leute die Lager, um zu demonstrieren. Ja, das ist eine Demonstration, dass wir das Recht haben auf Bewegung. Freedom of movement is everybody's right. Und wir würden gerne diese Schule als ein autonomes Haus, wir würden gerne uns auf eigene Beine das organisieren. Aber wir brauchen Hilfe und wir brauchen keinen Druck, wie wir das jetzt im Moment haben. Weil das heißt, alle müssen raus und dann 35, 70 Leute würden nur noch kommen und 35 sollten. Also das ist ein absoluter Chaos und wir würden uns gerne wünschen, dass die Frau Kohler zu uns nochmal hier kommt. Und Herr Henkel und der Mesira, also die ganzen Clique mussten sich zusammensetzen und eine konkrete Lösung finden, die alle Durchblick haben. Weil im Moment, wie es aussieht, das ist eine Durchnahme. Keiner weiß was, keiner weiß wie und wer. Dankeschön. Hallo. Hallo, wir sind eine Gruppe von Mediziner und Medizinerinnen und versuchen die Leute hier im Haus zu unterstützen. Wir lesen sie zwei im Text. Das ist unsere Stellungnahme. Lauter? Lauter. Ja, besser? Ja. Okay. In der Gerhard-Hauptmann-Schule... Ich kann es nicht. Okay. In der Gerhard-Hauptmann-Schule leben rund 200 Geflüchtete auf engstem Raum. Wir, eine Gruppe von Mediziner und Medizinerinnen, die den Protest der Geflüchteten unterstützt, halten die hygienischen Bedingungen, unter denen die Bewohner und Bewohnerinnen der Schule leben müssen, für Menschen verachtend. Auf dem gesamten Gelände steht kein warmes Wasser zur Verfügung. Die Toilettenanlagen sind meist nur eingeschränkt benutzbar, beziehungsweise sie sind defekt. Zum Teil gab und gibt es nur eine funktionstüchtige Dusche für alle Bewohnerinnen. Die acht funktionstüchtigen Duschen der ehemaligen Sporthalle der Schule sind den Bewohnern nicht zugänglich, da diese mittlerweile kommerziell genutzt wird. Diese Bedingungen tragen zur Entstehung und Verbreitung von Krankheiten bei. Dies wiegt besonders schwer, weil vielen der Menschen, die in der Schule leben, der Zugang zu medizinischer Versorgung verwehrt ist. Wer all diese Tatsachen kennt, kann nur positiv erstaunt sein über die hygienischen Verhältnisse in der Schule und die funktionierende Selbstorganisation der Bewohner und Bewohnerinnen, trotz widrigster Umstände und Belastungen, die ein Leben, das selbst der grundlegendsten Rechte beraubt wurde, mit sich bringt. Trotz wöchentlichem Dialog der Bewohner und Bewohnerinnen mit den zuständigen Stellen der Stadt Berlin und des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg und den wiederholten Forderungen nach adäquaten sanitären Anlagen wurden diese bislang nicht erfüllt. Die Forderung nach einer minimalen Investition zur Deckung eines absoluten Grundbedürfnisses wurde nicht nur ignoriert, sondern sogar als Druckmittel benutzt, um die Bewohnerinnen in den Verhandlungen zu Zugeständnissen zu zwingen. Das Verhalten der zuständigen Stellen ist eine bewusste Inkaufnahme von hygienischen Zuständen, die die Entstehung und Verbreitung von Krankheiten befördern. Es drängt sich uns der Verdacht auf, dass von Seiten der Politiker und Politikerinnen bewusst versucht wird, die Lebensumstände in der Schule möglichst schwierig und belastend zu halten, um eine Eskalation zu befördern, die eine Räumung politisch rechtfertigen würde. Dass diese Lesart der Ereignisse keineswegs aus der Luft gegriffen ist, zeigen die Handlungen und Aussagen der Politikerinnen und Politiker von Bezirk, Stadt und Land immer wieder. So erklärt der etwa Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wobereit, Es wird keine Einigung geben, die den Zustand in der Schule noch zementiert, sowie ebenfalls Wobereit, Es macht keinen Sinn, Buschen einzubauen, wenn die Grundthese lautet, dass die Schule freiwillig geräumt wird. Die sogenannte Grundthese Wobereit ist falsch und die von ihr abgeleitete Politik fatale in ihren Auswirkungen. Wer so Politik macht, nimmt für das Erreichen seiner Ziele das Leiden von Menschen ebenso in Kauf wie die Verletzung ihrer fundamentalsten Rechte. Wir stellen uns ausdrücklich hinter die Forderung der Bewohnerinnen und Bewohner der Gerhard-Hauptmann-Schule nach adäquaten sanitären Anlagen und fordern Bezirk und Stadt auf, dieser sofort nachzukommen. Ebenso stellen wir uns hinter die weiteren Forderungen der Bewohner und Bewohnerinnen, insbesondere auch hinter die Forderungen nach Zugang zur medizinischen Versorgung in Form einer Krankenversicherung für alle hier lebenden Menschen. Danke. Hallo, bist du laut genug? Okay. Ich spreche für die KUP, die Kontakt für Beratungsstelle für Flüchtlinge und Migranten. Wir, die Beraterinnen von der KUP, wenden uns als Team, das mit der Einzelfallbetreuung der in der Gerhard-Hauptmann-Schule lebenden Flüchtlinge befasst sind, an den Zirkstück des Heilkreuzberg und an den Senat. Derzeit ist die Schule akut räumlos bedroht. Die Bewohnerinnen werden aufgefordert, sich in sogenannte Listen einzutragen. Dies wird als einzige Möglichkeit dargestellt, eine andere Unterricht zu bekommen. Über die Bedeutung der Listen und das Verfahren, auf diesem registriert zu werden, geben Zirk und Senat unterschiedliche, sich widersprechende Informationen heraus. Wir fordern daher Transparenz über das weitere Vorgehen und ernsthafte Verhandlungen mit den Bewohnerinnen der Schule. Seit anderthalb Jahren protestieren Flüchtlinge am Oranienplatz und in der besetzten Gerhard-Hauptmann-Schule. Sie haben trotz ihrer ohnehin prekären Lebensverhältnisse ihre existenzielle Sicherheit riskiert, um ihren Protest gegen die Unerträglichkeit ihrer Lebensbedingungen ausdrücklich zu verleihen. Aufgrund der Räumung des Protestcamps auf dem Oranienplatz im letzten Monat und der akuten Bedrohung der Schule erleben wir eine extreme Verunsicherung der in der Gerhard-Hauptmann-Schule lebenden Menschen. Wir bitten die zuständigen Vertreterinnen des Bezils und des Senats, diese Verunsicherung ernst zu nehmen, um weitere Eskalationen, die letztlich auf die angestaute Verzeiflung zurückzuführen sind, zu vermeiden. Gerade die jüngste öffentliche Aufforderung des Bezils an die Bewohnerinnen und Bewohner sich einzutragen, verursacht hinsichtlich der zeitlichen und rechtlichen Implikationen dieses Verfahrens in jeder einzelnen Beratung massiven Klärungsbedarf. Aufgrund großer Intransparenz verfügen wir als Beraterinnen über keinerlei Informationen über die Bedeutung der Listen und über das weitere Vorgehen von Bezirk und Senat. Dadurch ist es uns in vielen Fällen nicht möglich, sinnvolle Beratung zu gewährleisten. In der letzten Woche haben wir außerdem beobachtet, dass Bewohnerinnen der Schule an vom Senat genannten Orten mehrere Versuche unternommen haben, ihren versprochenen Platz auf den Listen zu bekommen. Da dies jedoch stets gescheitert ist, zeigen sich die Geflüchteten enttäuscht und verunsichert. Die Art und Weise, wie Informationen an die Bewohnerinnen der Schule kommuniziert werden und wie die Registrierung insgesamt organisiert ist, lässt den Eindruck entstehen, dass auf Seiten des Senats kein wirkliches Interesse daran besteht, Unterkünfte für alle Beteiligten zu finden. Parallel dazu kämpfen die Geflüchteten vom Oraniplatz unter schwierigsten Bedingungen darum, mit ihren berechtigten Forderungen von der Öffentlichkeit und der Politik ernst genommen zu werden. Tatsächlich kriminalisieren Politik und Medien den Protest, statt ernsthaft auf die Forderungen einzugehen. Diese Umstände tragen dazu bei, dass die Menschen befürchten, trotz zwei Jahren Protests in ganz Deutschland und Europa letztendlich mit derselben Perspektivlosigkeit auf der Straße zu stehen, die schon Auslöser der Protestbewegung war. Nicht zuletzt möchten wir darauf verweisen, dass hier in die Prozesse und rechtlichen Implikationen der Listen eingeweiht werden müssen, die zuständigen Stellen Bedingungen schaffen müssen, unter denen wir unsere Beratungsarbeit umgehend nachgehen können und vor allem ernsthafte Verhandlungen mit den Bewohnerinnen der Schule geführt werden müssen, um eine akzeptable Lösung für alle zu finden. Dankeschön. Applaus Applaus Ja, hallo. Also, ich bin hier Anwohner aus dem Reichenberger Kiez, bin hier aktiv in der Initiative, die hier gegen Mieterhöhung und auch Verdrängung und gewisserweise auch gegen Abschiebung der Menschen aus ihren Häusern und Wohnungen aufgrund der Gewinngier. Dieser Hausbesitzer hier werden auch hier zur Zeit viele Menschen aus dem Kiez vertrieben, in dem sie seit vielen Jahren, Jahrzehnten wohnen. Und als Einwohner bin ich natürlich auch hier interessiert, wie es den Menschen hier geht und für mich ist es im letzten halben Jahr, wo ich hier aktiv und viel auch Zeit verbracht habe, sehr erschütternd zu sehen. Die Schicksale der Menschen, ich habe hier mit vielen Menschen gesprochen und Deutschland als eines der reichsten Länder so mit diesen Menschen umgeht, die zum Großteil Opfer auf deutscher Wirtschaftspolitik sind und der deutschen Rüstungsexporte. Und diesen Aspekt möchte ich jetzt auch nochmal beleuchten, weil ich denke, hier steht auch deutsche Berliner und europäische Asylrechtspraxis und Asylrechtspolitik auf dem Prüfstand. Und sie steht im eklatanten Widerspruch zu den Bedürfnissen der Menschen weltweit und zu der globalisierten Situation, in der sich Millionen von Menschen ausgesetzt sind. Und exemplarisch hier an der Schule kann man beobachten, wie ein Land, das sich Menschenrechte und Demokratie auf ihre Fahnen schreibt und in anderen Ländern Menschenrechte einfordert, hier konkret mit Menschen umgeht, die konkret von Kriegen, von großen Wirtschaftskrisen, von Naturkatastrophen, die auch stark durch die großen Industrienationen ausgelöst werden, siehe Klimawandel, wie man hier mit diesen Menschen umgeht. Man lässt sich anderthalb Jahre hier in einer eigentlich unerträglichen Situation und nach anderthalb Jahren hat sich Frau Kollert mal herab bemüht, jetzt hier etwas anzubieten, was völlig unklar ist und was wahrscheinlich auch den Bedürfnissen der Menschen nicht gerecht wird. Ich würde jetzt mal ein bisschen frei erzählen, aber im Prinzip steht hier, finde ich, die Berliner und die deutsche sowie die europäische Asylwärtspolitik auf dem Prüfstand, weil sie den Menschen in dieser globalisierten Welt absolut nicht mehr gerecht wird. Und hier muss ganz klar eine Änderung passieren, weil so kann man diese Krise nicht bewältigen, man kann nicht tausende von Menschen im Mittelmeer absaufen lassen und sie an den Grenzen von Europa sterben lassen und in irgendwelchen Lagern unterbringen. Das ist eine absolut menschenverachtende Politik, die diesen reichen Industrienationen, die Demokratie und Menschen, ich glaube, die fahren schon überhaupt nicht gerecht. Ich habe jetzt kurze Statements, was wir mal abgegeben haben, als hier Initiativen, die im Stadtteil aktiv sind. Nach einer Sondersitzung des Bezirksamtes Kreuzberg am 27.04. hat Baustrat Pannoch am Abend des 28.04. auf einer Versammlung mit Flüchtlingen und Unterstützern eine Erklärung des Bezirksamtes verteilt. Das wieder mal als Umzugsangebot von Senatoren, die Leck Kohlak daherkommt. Aber letztendlich wieder eine Räumungsandrohung und eine Räumungsankündigung mit sechsmoniker Duldung, Einzelfallprüfung und mit anschließender Abschiebung für die allermeisten Flüchtlinge bedeuten wird. Und hier nochmal auch ein paar Zahlen und da empfehle ich wirklich nochmal allen, den Journalisten, zum Beispiel auf die Seite von Pro Asyl zu gehen. 75% aller Asylanträge werden abgeliehen und von 109.000 im Jahr 2013 sind das ungefähr, kann man natürlich ausrechnen, 18.000 Asylanträge sind genehmigt worden. Von diesen 18.000, muss man sagen, 2012, nee 2013 sind 10.000, die Zahlen habe ich jetzt hier, 10.900 abgeschoben worden. Das zieht sich allerdings nicht auf diesen Zeitraum, sondern davor. Aber man sieht schon irgendwie an den Zahlen, wie die Situation und die Praxis von Einzelfallprüfung und Abschiebung und Verhältnis steht. Also die meisten Leute, die jetzt hier praktisch das Angebot annehmen werden, sind massiv auch von Abschiebung bedroht. Die Situation in den Heimen ist, dass Leute über Jahre, wenn sie nicht abgeschoben werden, in der Warteschleife sind und in einer permanenten Verunsicherung sind, täglich abgeschoben zu werden, in Länder, von denen sie vor Krieg, oder heute, vor politischen Diktaturen, politischen Diktaturen, mit denen ganz gerne hier auch die Regierung, vor allem die Bundesregierung zusammenarbeitet, gibt es die nügend Beispiele, oder auch vor Ländern, die eben vor Dürre und Naturkatastrophen fliehen müssen. Also ihr Angebot heißt weiterhin Menschen verachte Abschiebungen in Kriegs- und Krisenregionen und politische Diktaturen. Und wir erwarten und fordern vom Bezirksamt Kreuzberg, Friedrichshain, vom Berliner Senat und insbesondere von der deutschen Bundesregierung, den deutschen Wirtschaftsverbänden, die vor allen Dingen verantwortlich sind für Rüstungsexport und die deutsche Außenpolitik, dass sie als eines der reichsten Länder der Erde die politische Verantwortung für die Folgen übernehmen, gegenüber den Millionen von Menschen außerhalb Europas und den Flüchtlingen in dieser Stadt, die Opfer deutscher Waffenexporte. Man hat es jetzt gerade wieder gehört, es gab eine Steigerung in kleinen Waffen, alles was unter dem MG liegt, 40%. Die Waffenexporte nach Saudi-Arabien haben sich verfünffacht und in allen möglichen Ländern werden Waffen exportiert. Die letzte Zahl von 2012 waren 141 Länder. Es gibt überhaupt keine Kontrolle darüber, wie die Waffen fließen und sie werden eingesetzt. Und wie sie eingesetzt werden, die Folgen davon erleben wir hier, dass die Menschen flüchten müssen und versuchen sich hierher zu retten. Und nur ein Bruchteil von den Flüchtlingen kommt hier überhaupt an. Die Zahlen von UNHCR sagen, dass 45 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. Der allergrößte Teil, über 80% bleiben in ihren Ländern, Binnenflüchtlinge. Die nächste Stufe der Flüchtlinge sind die Anrainerflüchtlinge. Kann man jetzt an Syrien ganz deutlich sehen. In Syrien sind 6,5 Millionen Leute auf der Flucht. Drumherum sind ungefähr 2 bis 2,5 Millionen an Jordanien, Libanon, also Syrien und Türkei. Und nur der geringste Teil kommt überhaupt hier an. Und die werden selbst noch nicht mehr, obwohl klar ist, unter welchen Bedingungen sie fliehen, hier willkommen geheißen. Man gewährt ihnen keinen Schutz. Also Menschenrechte, Asylrecht wird selbst hier mit Füßen getreten. Und da muss auf jeden Fall eine Veränderung her. Wir fordern die deutsche Regierung, den Berliner Senat und Innensenator Henkel auf, die Opfer deutscher Außen- und Kriegs- und Wirtschaftspolitik willkommen zu heißen, die Gastfreundschaft nicht aufzunehmen und hier ihnen eine menschenwürdige, geschützte und dauerhafte Existenz zu möglichen. Und heißt, dass sie arbeiten können, dass sie ein Wohnrecht kriegen. Und bisher sieht die Asylpraxis so aus, dass selbst wenn du eine Genehmigung, ein Asylrechtsantrag positiv beschieden worden ist, dass du in den nächsten neun Monaten nicht arbeiten darfst, dass du erst nach vier Jahren eine Arbeitserlaubnis bekommst, also du bekommst davor eine eingeschränkte und die Eingeschränkung heißt, dass Bevorzugte, Bevorberechtigte, nämlich Deutsche und EU-Bürger Vorrang haben. Also deine Chancen, selbst bei deinem Leben, um hier ein normales Leben zu führen zu können, nämlich arbeiten und wohnen zu können, ist permanent der Existenzbedrohung ausgesetzt, dass du, wenn du, und das ist eine Bedingung des Asylrechts, du musst deinen Lebensunterhalt aus eigenen Kräften bestreiten können, wenn dein Asylantrag positiv beschieden ist. Und damit ist es eine permanente Existenzbedrohung, eine permanente Verunsicherung und eigentlich überhaupt kein Leben, dass den Leuten, also wirklich, sagen wir mal, was menschenwürdige, wenn man sagen kann, das entspricht menschenwürdigen Bedingungen. Und das ist überhaupt nicht gegeben. Darum fordern wir hier, speziell in Berlin, vom Senator Henkel, den Flüchtlingen im Rahmen des § 23 des Aufenthaltsgesetzes, eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung und Aufenthaltserlaubnis zu erteilen. Ein zweiter Aspekt ist oft diese Kostenfrage. Es wird ja immer gesagt, das Punkt ist voll, es kommen die Millionen. Wir wissen jetzt anhand der Zahlen, dass ein ganz geringer Bruchteil überhaupt hierher will. Die meisten Menschen, die aus Kriegs- und Kriegsgebieten, Krisengebieten fliehen, wollen natürlich zu Hause bleiben. Sie wollen wieder zurück, auch selbst wenn sie in die Anrainerstaaten fliehen. So, der Teil, der wirklich dann hier irgendwie herkommt und sein Leben rettet, der wird dann oft als Sozialschmarritzer oder wird bezeichnet als Leute, die in die Sozialsysteme infiltrieren. Und die Kosten werden dann hier ins Feld geführt, dass wir das gar nicht leisten können. Wie gesagt, bei dem geringen Anteil von Leuten, die hierher kommen, es sollte eines der reichsten Länder der Welt und Europas sehr wohl in der Lage sein, diese Menschen deutlich unterzubringen und ihnen den Schutz zu gewählen, der ihnen zusteht. Dann kommt dazu, der menschliche und öffentliche und finanzielle Schaden für Berlin. Durch die anhaltende Verweigerung dieser Menschenrechte zu einem Vielfaches höher ist eine soziale und sinnvolle Integration der wie hier lebenden Flüchtlinge in die Berliner Deutschgesellschaft. Dazu ein paar Zahlen. Die Unterbringe in den Asylbewerberheimen kostet zwischen 70 und 100 Euro pro Person pro Tag. Wenn Menschen hier ganz normal eine Arbeits- und Aufenthaltsernehmung bekommen würden, wie jeder hier in Europa, dann werden die Kosten, weiß man, was Hartz IV zum Beispiel ist, das sind dann zusammen mit Krankenversorgung ungefähr 1200 Euro. Jetzt kann man sich das ausrechnen. Also diese ganze Asylrisspraxis mit den ganzen Kontrollen, mit den ganzen Polizeiapparaten ist immerhin vielfaches teurer, als wenn man den Menschen hier ein ganz normales Leben gewähren würde. Also diese Rechnung, die sie da auch immer aufmachen, dass die Leute hier in die Sozialsysteme infiltrieren und irgendwie aussaugen, ist einfach auch eine völlig falsche Rechnung. Das ist nur Ausdruck einer eigentlich geopolitischen Politik, nämlich dort in den Entwicklungsländern, wo man irgendwie Ressourcen sichern will, also mit den Problemen, die sie dort verursachen, nichts zu tun haben zu wollen. Hier draußen zu lassen, weil es nämlich hier den Menschen auch klar macht, wie ungerecht die Globalisierung sich für den größten Teil dieser Menschen auswirkt. Wer in China, Iran, Russland, Türkei, Afrika und so weiter die Einhaltung von Menschenrechten einfordert, sollte sie doch zumindest im eigenen Land gewähren. Darum bleibt und seid weiterhin solidarisch mit den Flüchtlingen hier und überall. Kommt in die Schule, nehmt Kontakt auf, sucht das Gespräch, hört ihre Lebensgeschichten, versucht zu verstehen, sucht praktische Lösungen. Integriert die Flüchtlinge in eure sozialen Zusammenhängungen und Projekte. Seid solidarisch. Seit zwei Jahren machen wir auf der Straße Protest und machen auf die Probleme von Geflüchteten aufmerksam. Aber die deutsche Regierung, die die Probleme von Geflüchteten in Europa und in Deutschland sind, aber die deutsche Regierung will nicht sich darauf einlassen, eine Lösung für diese Probleme zu finden. Wir haben uns zwei Monate lang mit Dilek Kulat getroffen, um über eine mögliche Lösung zu verhandeln. Und die Lösung sieht so aus, dass sie uns sechs Monate Duldung versprochen hat. Und nach dieser Duldung greift aber Dublin 3. Und Dublin 3 heißt, dass die Leute abgeschoben werden. Und deswegen sagen wir, dass dieses Projekt von Dilek Kulat ein Abschiebeprojekt ist. Und Räumungsprojekt. Jetzt sagen wir, dass es eine Entscheidung geben muss. Und der Protest, dass wir, dass wir eine politische Gruppe sind. Und um diese Abschiebe zu verhindern, beziehen wir uns auf den Paragraf 23. Es gibt hier Status oder Anerkennung von politischen Vertretern wie Gewerkschaften und anderen sozialen Verbänden. Aber von Geflüchteten gibt es diese politische Anerkennung auf politischer Ebene gibt es nicht. Mültecilerin politik bir statusi olmadığı için Parlament, NGO-Gruplar, Media, hep mülteciler üzerinden pragmatist Politikalar yapıyorlar. Media, Parlament, NGO-Gruplar. Die Medien und auch NGOs und die Öffentlichkeit hat so eine pragmatische Haltung gegenüber den Geflüchteten. Aber keine Anerkennung als politische Vertreter. Media hat mülteci diren, die Oranienplatz oder die Okul mit mültecilerin kriminal olduğunu yazdılar. Die Medien haben über den Oranienplatz oft und auch über die Schule als Ort von kriminellen berichtet. In Deutschland gibt es mehr, weit mehr als 100.000 geflüchtete. Und es gibt viele Camps wie in Bramsche oder Eisenhüttenstadt. Aber die Medien berichten da kaum drüber, was dort passiert. Und das sind diejenigen, die Die Menschen mit einem Anbau auf dem Anbau handelt. Hier in der Schule, wo jemand wegen dem Messerstrechen gestorben ist, darüber wird geschrieben, Aber es wird nicht darüber geschrieben, warum diese Person gestorben ist und welche sozialen Probleme dahinter stecken. Das wird ignoriert. Und wenn man diese Probleme nicht benennt, dann kann man auch nicht darüber schreiben. Sie werden abrunden, Sie werden abrunden. Leute sollen die 들어� 우리가pción? Mal sehen, sollten They have to roup proВ Liberty Look outside you sit down and look up Here the CCTV a tell me what? Why can I show CCTV Man im餓 Der innere I sit down and listen to them The politiker man lah, wake up too man Why sit down women and show the thing Show me the truth Let me sit down Please tell me the truth Help me Somebody tell me a ses難in Everybody leíd in 내 Alle sdert sei da und слушnant What? там alle werden Sie kam und sit down look at me look after another one Ich bin auf der Seite, ich bin auf der Seite, ich bin auf der Seite. Ich liebe dich. Ich gehe mit mir. Ich schlafe dich. Ich nehme zu. Ich gehe dir nach meinem Duang. Je благо. Ich bin ganz tot. Ich habe Kinder. Ich habe eine Familie. Ich habe nicht mehr. Ich liebe die Familie. Ich habe Probleme. Ich habe Probleme. Ich kann mich nicht sein. Ich bin und erinnert. Das ist Geld. Ich bin für Menschen. Ich bin alle kubelgen. ein Jahr, glaubt mir. Ich bin nicht von Deutschland, sondern von verschiedenen Ländern. Aber die Leute dort, die sind da, die ihnen nicht mehr Essen ist. Warum? Die Leute hier, sie haben es zu holen. Wie die Familie, sie hier sind. Die Leute hier sind nicht mehr, die Leute hier sind von Essen, die Leute hier sind von Trennungen. Das ist das, dass sie nicht mehr Leute sind. Die Leute sind hier. Die Leute sind hier in der Straßenbahnhof. Das ist nichts mehr. Ich weiß nicht, dass die Familie nicht so gut ist. Sie müssen uns helfen. Die Leute sitzen da und die Translaten. Nein, die Leute verstehen. Ich bin jung, ich spreche alle Sprachen. Die Leute hier, ich weiß nicht. Ich habe nicht gesehen, die Leute hier in Europa. Die Leute hier kommen, das ist eigentlich nicht so, ich bin online. Die Leute kommen da, sie kommen, sie kommen, sie kommen, sie kommen, sie kommen, sie kommen. Die Leute kommen zu Europa. действiviert, die Leute, die Leute kommen. Die Politiker, die Leute kommen. Die Polizei, die Leute kommen. Das ist fürchef. Die Menschen kommen, sie kommen für alles. Die Leute sollen zu essen. Die Leute, die Probleme für die Familie kommen, sie kommen. So, dann die Leute zu gehen, die Leute zu gehen. Follow die Leute zu gehen. Tell's die Leute, die Leute zu gehen. What do you want? We can go to the world. Why do you want to go to the world? One is dead already. I'm not the government. I'm just happy. Talk to the world, say the camera. Yeah, that world is dead, I want you to tell me. Let me listen to you. A lot of people, unite each other. Unite your brothers and we go to the government. My brother He is dead already! Wir sind alle Brüder. Wir sind alle Brüder. Wir sind alle Brüder. Wir haben keine Brüder, keine Brüder. Wir haben keine Brüder, keine Brüder. Wir müssen eine neue Hand. Wir sind alle Familie. Wenn ich das sage, ich sage, hi. Ich sage, hi. Vielleicht können wir uns erst mal wiederholen. Dann können wir uns hier sprechen. Es ist ein Jahr. Es ist ein Jahr. Ich kann zurück. Es ist ein Jahr. Ich will nicht erklären. Ich will erklären Sie die Wahrheit. Ich will nicht erklären. Ich will erklären Sie die Wahrheit. Ich will erklären Sie die Wahrheit. Ich weiß, Sie verstehen die Situation. Aber Ihre Situation ist nicht der selben. Ihre Situation ist größer. Es ist größer als Sie. Wenn Sie mehr als ich. Wenn Sie reden, dann hören Sie. Ich spreche. Wenn Sie reden, dann hören Sie. Nein? Du kannst nicht die Menschen hier, hier, einigen. Ich muss Ihnen die Menschen, die Menschen hier, einigen. Das ist nicht die Frage. Mein Problem ist, dass Sie etwas von mir gelesen haben. Mein Bruder ist dead, readen Sie. Mein Bruder ist dead, readen Sie. Was willst du erzählen, mein Bruder ist dead, readen Sie? Mein Problem ist das. Das kann man eine Familie machen. Aber es ist eine Familie zu machen. is Es gibt viele Menschen, jeder ist tot, wenn der Familie nicht mehr Geld hat. Was willst du sagen? Was willst du sagen? Der Familie ist tot? Nein. Was willst du sagen? Der Mutter und der Vater sagen, dass ihr Vater ist tot? Der Mutter und der Vater ist tot. Was willst du sagen? Lass du dir das? Vielen Dank. Und nochmal das aufzuklären, das ist die Wut, die an uns steht, bis jetzt war nur bla 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 bla. Nicht mal eine Dusche haben wir gekriegt hinzubekommen. Deswegen bitte keine, der ist nicht gegen uns oder so. Aber jedes Mal, wir haben Treffen, 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 aber bis jetzt ist Null daraus gekommen. Okay. Okay, der letzte Satz nochmal, den Turgay angefangen hatte. Von der Regierung wird uns keine Lösung angeboten, deswegen sind wir dabei selber eine Lösung zu schaffen. Bizim çözümprojelerimiz var, biz bu işgali okulunu mülteciler için sosial, politik ve sanatsal merkez yapmak ist. Mültecilerin sosialleşmesi, politikleşmesi için. Unsere Lösung ist, dass wir aus dieser Schule ein politisches und soziales Zentrum für Geflüchtete machen wollen. Weil geflüchtete in Deutschland manchmal fünf Jahre, manchmal zehn Jahre, zwanzig Jahre in Heimen, in Lagern leben müssen. Und dort viele Probleme haben, psychologische Probleme haben. Sie haben keine Bewegungsfreiheit und sie haben auch kein Recht zu arbeiten. Aber weil dieses Problem nicht allein ein Problem in Deutschland ist, deswegen wollen wir den Protest auf die europäische Ebene tragen. Und werden im Mai anfangen nach Brüssel zu laufen, um damit die Diskussion dorthin zu tragen. Und weil wir von Parlamenten keine Lösung kommen, deswegen haben wir keine andere Möglichkeit auf die Straße zu gehen und unsere Rechte einzufordern. Und wir sind damit aber nicht alleine. Wir sind solidarisch und hoffen auch, dass wir gemeinsam protestieren mit Leuten, die keine Wohnung haben, mit Leuten, die keine Arbeit haben und die auch ausgegrenzt sind von diesem System. Applaus Applaus